Deutschland ist seit mehreren Tagen von heftigen Regenfällen betroffen, die zu Überschwemmungen geführt haben. Die schwerwiegendste Situation ist im Südwesten des Landes, wo die Region Saarland am stärksten betroffen ist. Obwohl keine Opfer gemeldet wurden, warnen die Behörden vor Gefahr. Sie sprechen von einem extremen Überschwemmungsrisiko, das alle 50 Jahre auftritt, und der Deutsche Wetterdienst warnte, dass Lebensgefahr bestehe. Diese Situation hat den Kanzler dazu veranlasst, den Wahlkampf zu vergessen und vor Ort das Hochwassermanagement zu übernehmen. Laut lokalen Medien und Behörden wurde in der Landeshauptstadt Saarbrücken der Zustand des großen Schadens ausgerufen. Die Saar ist über die Ufer getreten und mehrere Straßen wurden überflutet und blockiert, darunter auch die Autobahn der Stadt. Menschen mussten aus einigen Gebäuden in diesem Stadtteil evakuiert werden, während das Katastrophenschutzzentrum die Situation als sehr angespannt bezeichnet. Obwohl die Regenfälle nachgelassen haben, ist die Situation in den evakuierten Gebieten des Saarlandes noch immer schwierig. Ein weiteres betroffenes Gebiet ist Nürnberg, wo es innerhalb von drei Stunden ununterbrochen geregnet hat und insgesamt 300 Feuerwehreinsätze registriert wurden.